Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Momentan traden wir bei ungefähr 37.000 US-Dollar, also es sieht nicht wirklich gut aus. Wir haben gestern nochmal mehrmals, sag ich mal, unser Golden Pocket angetestet, haben auch eine Rejection gesehen, sag ich mal, nach oben. Die Power hat dann aber hier im Endeffekt nicht mehr ausgereicht auf dem 4-Stunden-Chart, um überhaupt mal hier in die Nähe der 4-Stunden-YMI-Ribbons zu kommen. Wir werden uns dann gleich nochmal die höheren Timemames angucken, einfach um dazusehen, ob es da vielleicht etwas Aussagekräftigeres gibt. Ansonsten haben wir momentan sehr, sehr wenig Einfluss auf die Kurse. Nachdem wir geopolitisch jetzt auch wieder neue News haben, wissen wir jetzt wirklich nicht, wie es jetzt im Endeffekt dort weitergeht. Die Börsen machen heute wieder auf in den USA, also das bitte auch im Hinterkopf behalten. Deswegen bin ich momentan eher Fan von der Seitenlinie. Eher mal nicht jetzt hier offensiv in irgendwelche Trades ranzugehen, lieber erstmal ein bisschen die Marktlage beobachten, wie starten die USA heute rein. Ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt direkt durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 37.000 US-Dollar. Wir haben unser Golden Pocket mittlerweile nach unten hin durchbrochen. In dem nächsten Support befinden wir uns momentan genau drin. Das wäre eine 12-Stunden-Demand-Zone. Man sieht es hier drüben, wir haben noch kein tieferes Tief wieder gebildet. Das heißt, momentan ist die Struktur noch so, wir haben theoretisch noch ein höheres Tief, ein höheres Tief, aber trotzdem bin ich da etwas skeptisch. Wie gesagt, heute Nachmittag machen die Börsen auf, die jetzt die letzten Tage überhaupt nicht getradet haben, beziehungsweise überhaupt nicht gehandelt haben. Deswegen müssen wir da wirklich vorsichtig sein, ob das nicht vielleicht später sogar noch ein Blutbad geben würde, auch beim DAX und sowas. Die Vorzeichen, beziehungsweise die Futures sind auf jeden Fall sehr negativ. Klar, die hatten dann gestern schon geschlossen, wo dann Putin seine Rede gehalten hat. Ansonsten, was ist dann wichtig? Sollte jetzt diese Zone brechen, hätten wir die nächste Unterstützung hier am 0786, aber ungefähr 35.700 US-Dollar. Ansonsten, was wir eigentlich schon vor 2-3 Wochen besprochen haben, hier drüben, dass die Möglichkeit hier weiterhin besteht, Bereich zwischen 30.000 und 33.000 US-Dollar anzutesten. Und mittlerweile ist es gar nicht mehr so abwegig, dass wir den antesten. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in den Daily-Chart. Einfach, dass ihr mal einen größeren Überblick habt. Also danach hingehend, wir haben jetzt ein höheres Hoch gebildet. Wäre es immer noch möglich, einen riesigen doppelten Boden zu bilden. Wichtig aber übergeordnet ist weiterhin, dass wir hier diese Zone um 30.000 US-Dollar halten. Klar, wir können auch theoretisch noch bis 27, 28 rum. Ihr kennt den anderen Chart, den ich euch schon öfters gezeigt habe, beziehungsweise schon vor ein paar Wochen immer wieder gezeigt habe. Die Möglichkeit bestünde, dass wir zwischen 27 und 28k, weil einfach der Corona-Crash bis zu unserem All-Time-High des Fibonacci gezogen, wäre genau dort das Golden Pocket. Ansonsten, kleinere Time-Frames, ich sage jetzt mal Daily-Basis, wäre ein doppelter Boden weiterhin drin. Die Möglichkeit bestünde auf jeden Fall noch, auch wenn wir hier unten noch in den Bereich zwischen 30.000 US-Dollar fallen. Hier ist ein wichtiges Key-Level. Man sieht es hier drüben immer wieder Support, Support. Hier haben wir es nicht ganz runter geschafft. Jetzt nochmal da rein und dann mit einem Schwung nach oben, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also ich möchte es nicht ausschließen. Die größeren Time-Frames haben für mich momentan mehr Aussagekraft, weil auf den kleineren ist einfach zu viel hin und her. Also da momentan einen richtigen Trade zu setzen, klar. Gestern war es die Möglichkeit, ich gehe jetzt mal wieder in den 4-Stunden-Chart, damit ihr wisst, was ich meine. Gestern habe ich auch gesagt, okay, Golden Pocket kann man auf jeden Fall mitnehmen. Habe dann aber auch dazu noch gesagt in der Gruppe, hey, der Move gefällt mir überhaupt nicht. Momentan zumindest. Deswegen Position sofort wieder abgesichert. hat Profite rausgenommen und dann auch bei Stop-Loss-Entry ausgestoppt, weil dieser Move absolut ineffizient war. Also das heißt, wir sind nach unten, haben dann wiederum das Void dann am Abend wieder gefüllt. Wir hatten ein Void, in dem wir krass nach oben gepumpt sind mit einer 4-Stunden-Chantle oder 1-Stunden-Chantle. Wurde am Abend wieder aufgefüllt, dann kam die News und es ging weiter nach unten. Also momentan kann man wirklich nicht trauen. Ich habe jetzt hier noch ein Falling Broadening Wedge eingezeichnet. Das heißt, wir konsolidieren hier einfach die ganze Zeit rum. Es kann natürlich jetzt nochmal sein, dass wir hier nochmal in diesen Bereich hier hochgehen bei ungefähr 38,5. Aber genauso wenig, dass wir hier immer noch weiter runtergehen und hier diesen Trend nach unten hin fortsetzen, bis wir wirklich hier in unsere 32, 33k reinkommen und dann hier einen Breakout nach oben sehen. Also das halte ich momentan mal im Blick. Einfach, weil die Support-Zone hier immer wieder angetestet wurde, schon zum vierten Mal nach oben hin, das dritte, vierte Mal schon Widerstand dargestellt hat. Also das ist momentan das einzige Pattern, was ich sehe. Gut, schauen wir uns noch ein paar Altcoins an. Bringt zwar momentan nicht viel. Also Ethereum hat eigentlich das W super gestern getroffen, aber ist jetzt mittlerweile invalide. Jetzt müssen wir es uns eingestehen. Hat leider nicht gehalten. Golden Pocket mittlerweile durchbrochen. Nächste Support-Zone sehen wir hier unten. War der ehemalige S2. Da sind wir momentan in dieser Zone. Ansonsten 2.400 US-Dollar haben wir auch schon drüber gesprochen. Hält das Golden Pocket nicht? Ist der nächste Step, die 2.400 US-Dollar. Auch hier wäre noch ein großer doppelter Boden möglich, wobei er mir hier sogar besser gefallen würde. Einfach weil wir hier noch kein wirklich signifikantes Höheres hochgebildet haben. Ansonsten dann wäre worst case so um die 2.200 US-Dollar. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit irgendwelchen Prognosen. Wir wissen einfach nicht die News. Was an den Börsen passiert, also behaltet es bitte im Blick. Cardano momentan bei ungefähr 0,83 Dollar. Da habe ich den Chart noch nicht aktualisiert. Da muss ich mal einen Chart wechseln. Nächster Support wäre hier beim S1 bei ungefähr 0,76 US-Dollar. Ansonsten, wir hatten letztes Jahr im Januar, Februar einen riesen Pump nach oben bei Cardano. Dieser Pump ging ab 0,45 Dollar los. Heißt, wir hätten theoretisch, sprich diese Zone, kann es relativ flott dann hier unten in diesem Bereich bei 0,45 Dollar gehen. Oder 0,50 Dollar hier, wo dieser Monats S2 liegt. Also ich halte es sogar mittlerweile nicht gerade für unwahrscheinlich, dass das passiert. Sollte Bitcoin hier nochmal eine 20% Korrektur hinlegen, ist das bei Cardano. Wir können mal hier runtergehen, ist es auf jeden Fall möglich. Es sind zwar 40%, aber ich möchte hier momentan überhaupt nichts ausschließen. Ansonsten schauen wir uns mal noch. Engine wurde sicher gewünscht vorhin von Spencer. Erfülle ich natürlich gerne. Also wenn ihr irgendwelche Alt-Können-Wünsche habt, schreibt es einfach in die Telegram-Gruppe, schreibt es unten in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal. Engine, momentan, wir haben hier unser Key-Level erst einmal gebrochen. Wir haben übergeordnet ein größeres Head & Shoulders, wobei ich hiermit immer ein bisschen vorsichtig bin. Ihr kennt mich, wir kommen von unten, heißt ein Head & Shoulders, normalerweise Trendwende. Wir sind aber schon in einem absoluten Downtrend, haben hier kein höheres hochgebildet. Deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig. Preisziel würde trotzdem hier unten in diesem Bereich bei ungefähr 1,15 Dollar liegen. Auch nicht mehr so abwegig, wenn wir hier dieses Low auf jeden Fall rausnehmen. Das liegt bei ungefähr 1,32 Dollar. Ansonsten seht ihr es hier drüben auch immer wieder, dass wir immer wieder Widerstand bzw. Support in dieser Area hatten. Also momentan sieht es noch einigermaßen gut aus. Ansonsten, dieser Bereich hier unten könnte dann auch interessant werden. Auch hier unten. Hier hatten wir nochmal Support, das würde dann ungefähr hier mit dem S1 übereinpassen. Also auf jeden Fall auch vorsichtig generell. Ich halte momentan wirklich ein bisschen Abstand von den ganzen Altcoins, einfach weil sie noch schwerer zu traden sind momentan bzw. noch volatiler sind. IOTA sieht eigentlich auch so aus wie ein perfekter doppelter Boden, aber auch hier halte ich momentan wirklich Abstand zum Nachkaufen. Kein Problem, aber wir hätten auch hier noch diesen Wix, sage ich mal, bis ungefähr 0,51 Dollar, der auf jeden Fall möglich ist zu füllen. Wir hatten zwar hier noch ein Low bei ungefähr 0,57 Dollar, also das müssten wir erstmal rausnehmen. Aber wer weiß schon, was in den nächsten Tagen passiert. Ansonsten schöner doppelter Boden, theoretisch, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Wir können wir noch auf dem Daily hier nachgucken. Aber wie gesagt, Leute, haltet einfach ein bisschen Abstand momentan, vor allem von den Altcoins. Wenn wir jetzt hier noch ein tieferes Tief bilden, was wir noch nicht hatten, hätten wir auch eine Bullish Divergence. Aber man darf momentan die bullischen Zeichen nicht zu überbullish sehen. Wir waren auch schon, um nochmal auf Bitcoin zurückzukommen, hier oben, wo dann hier gesagt hat, ja jetzt nur noch ein Breakout darüber und wir gehen wieder Richtung Moon oder sowas in der Art. Wo ich gesagt habe, nee, mir gefällt dieser ganze Move nicht. Also momentan ist es so eingetroffen, jetzt noch mit Russland etc. Müssen wir einfach vorsichtig sein. Gut, schauen wir uns auch ganz kurz die News an. Cardano, Wachstum, Total Value, Locked an 200 Millionen Dollar Marke. Wer in Cardano investiert ist, beziehungsweise noch machen will, gerne den Artikel durchlesen. Link werde ich euch auf jeden Fall später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, angenehmen Tag. Kommt gut durch den Tag, abonniert den Kanal, lasst ein Like da auf jeden Fall und einen Kommentar für den Algorithmus, würde ich mich darüber freuen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Telegram-Gruppe, ich bin 247 anwesend, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wünsche euch einen schönen, angenehmen Tag und wie immer, stay crypto.